Willkommen zurück bei Let's Play Dragon Quest 6, nachdem ich den letzten Part so chaotisch und etwas überstürzt abgebrochen habe, weil ich plötzlich festgestellt habe, dass wir schon mal 15 Minuten sind. Ja, das kommt davon, wenn man diese Anzeige irgendwo oben in seinem Bildschirm hat und nicht da, wo sie hingehört. Nun, mein Junge, das wird wohl ein Abschied für eine leere Zeit sein, oder? Somnia liegt direkt südlich des Berges. Halt dich einfach in diese Richtung und du wirst direkt darauf stoßen. So einfach ist das. Eine Audienz beim König zu bekommen, dürfte nicht ganz so einfach sein. Aber wenn es hier irgendjemand schafft, dann du, Amarok. Oh, und noch eine Sache. Ich habe vergessen, dich nach dem Wechselgeld vom Kauf dieser Krone zu fragen. Ah, ich hab nur Spaß gemacht. Du wirst das Geld viel nötiger brauchen als wir, das ist sicher. Betrachte es als Abschiedsgeschenk. Du stehst an einer Weggabelung, mein Junge. Wähle deinen Weg und mach uns stolz. Okay, alles klar. Willst du mir noch was sagen? Waldemar hat mir den Anhänger nicht gegeben, weißt du? Was könnte schrecklicher sein? Einfach nichts könnte. Das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, serviere ich ihn ab. Wahrscheinlich, äh, weil er es voll auf Tanja abgesehen hat. Aber das scheint dem armen Mädel nicht ganz bewusst zu sein. Tja, so ist das, wenn sich alle um den selben Typen hauen. Pech. Gut, dass ich hier bald weg bin aus dem Irrenhaus. Ah, jetzt möchte er. Ähm, das habe ich schon. Das ist auch nicht besser. Ich hätte gehofft, dass hier irgendwie ein bisschen besserer... Äh, oh, nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Weg, weg. So. Jetzt muss ich mal eben ein bisschen das Peck sortieren. Gibt es da nicht irgendwie eine extra... Da. Das habe ich gerade nämlich gesucht. Ähm, dieses... Alle weniger in den Beutel stecken. Ja. Okay. Ähm, Beutel sortieren. Alphabetisch ordnen. Nein. Ja. Äh... Ne, nochmal bitte, äh, nach Typ sortieren. Schauen, ob ich damit klar komme. Also, das sind die weniger. Wichtig sind raus. Okay. Transfer. Ich nehme davon mal zwei erstmal mit. Ich nehme einen Gegengiftkraut noch mit. Und das reicht erstmal. Wann ich diese ganzen Samen und diese Sporenblumen und so benutze, das werde ich dann irgendwann mal gucken. Ich werde die erstmal noch ein bisschen sammeln, weil ich im Moment auch noch wohl klarkomme. Und sonst, notfalls nehme ich die dann irgendwann mal. Ach ja, genau. Das wollte ich auch euch auch nochmal zeigen. Hier. Huch! Ich war so irritiert, warum der von mir wegläuft. Mittlerweile weiß ich's. Amorok untersucht das Gekritzel an der Wand. Waldemar ist ein Weichei. Tja. Ne? Büsser Junge. Büsser Junge. Ach ja, was soll's. Okay. Nachdem ich jetzt auch festgestellt hab, dass man über diese Berge drüber laufen kann. Äh, jetzt muss ich wieder hier den ganzen Weg zurücklaufen. Das ist echt nicht schön. Ach, du bist schon wieder hier. Hey Bruder, brichst du jetzt auf? Mach dir keine Sorgen um Tanja, okay? Ich werd mich um sie kümmern. Ich weiß, manchmal wirklich... Ich... Manchmal wirklich ich wie ein Nichts-Nurz. Ach so. Aha, okay. Ich weiß, manchmal wirke ich wie ein Nichts-Nurz. Schwerer Satz. Aber im Herzen bin ich ein ziemlich einständiger Kerl. Keiner glaubt es aber trotzdem. Na jedenfalls, wenn du nach Somnia willst, halte dich hinter Schaching einfach Richtung Süden. Viel Glück, Kumpel. Ich hoffe, du kannst mit dem König sprechen. Okay. Also für diese Wegbeschreibung bin ich auf jeden Fall schon mal sehr dankbar. Gut. Klappen wir uns mal wieder ein bisschen. zur Abwechslung. Es sei denn, die Viecher laufen alle weg. Dann kann ich mich natürlich nicht mit ihnen kloppen. Es wird mal wieder Zeit für die nächste Stufe. Ich glaub ich... Vielleicht geht's hier irgendwo runter. Ja, ich glaub hier waren irgendwo Treppen da hinten. Und zwei Tupfenschleime. Wobens. Gut. Der geht aber echt ziemlich schnell. Na gut, ich hab den Speed auch hochgedreht, muss man dazu sagen. Obwohl er mir noch nicht zu schnell geht. Also es ist eigentlich gut. Äh, ja. Hauptsala. So. Tschüss. Weil ich glaub für die, ähm, Schreckwurzeln kriegt man mehr Erfahrung. Deswegen mach ich die immer erst platt, bevor sie weglaufen können. Ähm, ich glaub das war falsch. Ich glaub hier sollte ich runter. Ähm, ich glaub doch nicht. Äh. Schwierig immer mit diesen Wegen, ey. Äh. Ich muss mir das echt mal merken, wie man hier runter und wegkommt und sowieso. Und noch ein Kampf. Klack. So. Ich müsste auch mal irgendwie mal anschauen. Müsste man doch irgendwo nachgucken können, wie viel Erfahrung ich noch brauche. Ich glaub da steht, da steht jetzt nur, wie viele Erfahrung ich habe. 456. Ich guck erstmal, ob ich das noch brauche oder habe. Also ich merke mir die Zahl und nach dem nächsten Kampf schau ich mal, was da dann steht. Ob das mehr oder weniger geworden ist. Also wenn ich Somnia erreichen will, dann musste ich mich von Schaching aus südlich halten, hieß es, ne? Also erstmal nach Schaching. Oder erstmal in Richtung Schaching. Nachdem wir gegen die beiden Zornzwiebeln gekämpft haben. Und tschüss. Das ist sinnlos. Ich hab dich noch nicht angegriffen, Kleiner. Aber ist mir egal. Ist mir nur recht. Besser ist, dass du angreifst. So, jetzt schauen wir nochmal. Ja. Das ist die Erfahrung, die steht, die wird aufaddiert. So viel, wie ich insgesamt schon gesammelt habe. Aber da steht, glaub ich, nicht, welches Level ich habe. Und ich, ich weiß nicht, geht's hier weiter südlich runter? Bedingt. Ähm, das ist auf jeden Fall mal ein Stein. Oh. Drei Mies malen. Hupsala. Na, die fangen bestimmt gleich wieder an zu tanzen. Doch nicht. Das gibt's ja nicht. Ich würde sowieso nicht tanzen wollen, aber hey. Aber die geben gut Erfahrung und gut Goldmünzen. Das sollte man auch nie vergessen. Okay, dann... Ist das schon Schloss Somnia? Ich glaub schon. So, erstmal mach ich den Wiesmade platt. Ich will mal wieder eine höhere Stufe erreichen, hey. Ah, geht doch. Wie auf Kommando. Um sieben ist das grad gestiegen. Um drei? Boah. Cook. Okay. Wir haben nur einen Zauber erlernt. Der Zauber heißt Cook. Ähm. Die Karte sieht so oben echt schön aus. Finde ich. Die sieht echt schick aus da oben. Die finde ich jetzt eher hässlich, aber die andere sieht echt schick aus. Äh, wie auch immer. Ich wollte mal schauen, was dieser Cook-Zauber da ist. Zeigt die Art des Schatzes in der Truhe an. Aha. Und das ist so wichtig? Mhm. Keine Ahnung. Ist hier sonst noch irgendwo was in der Nähe? Ne, das sieht nicht so aus. Dann gehen wir jetzt erstmal in Richtung Schloss Somnia hier. Ich glaub, das ist es. Willkommen, Somnia. Euer Einreise-Vision, bitte. Ja. Nun schaut sich das eine an. Ihr seid den langen Weg von Weber-Wipfel gekommen, nicht wahr? In Ordnung, ihr könnt weitergehen. Denkt aber daran, ihr seid nicht mehr in den Bergen. Versucht euch zivilisiert zu benehmen. Ey, nicht alle Leute, die aus kleinen Kuh-Dörfern kommen, sind unzivilisiert. Oh, ich muss einfach mit dem König sprechen. Nur fünf Minuten, das ist alles, worum ich bitte. Hm? Oh, du bist auch gekommen, um König Somnus zu sprechen? Ja? Nun, an deiner Stelle würde ich mir hinten nicht allzu große Hoffnung machen. Ein Tag ist einfach nicht lang genug für ihn, um jedem, der es wünscht, eine Audienz zu gewähren. Das dachte ich mir schon. Ich befürchtete es. Willkommen im Waffenladen. Kann ich euch helfen? Was benötigt ihr? Äh. Den kann ich anscheinend nicht anwenden. Bumerang. Steinachst. Kann ich auch nicht anwenden. Aber, dass da neue Waffen schon mal kommen, spricht dafür, dass bald mal irgendwie jemand, äh, zukommt. Ähm, ja genau, der kann alle Feinde gleichzeitig angreifen, macht dann aber auch immer weniger Schaden, umso weiter, der halt, ähm, umso mehr Monster der trifft. Also die, ähm, die Wucht wird dann natürlich logischerweise aufgehalten. Und im Rüstungsladen. Ja, das schauen wir uns doch auch gleich mal an. Oh, Leder, Schild, Schoppenschild, Lederhutholz. Also von der Rüstung haben wir auf jeden Fall schon mal das Beste. Und eigentlich von den Waffen auch, weil so ein Bumerang, den mag ich eigentlich nicht so. Wuff, wuff. Hi. Schön, deine Bekanntschaft zu machen. Geh hier rein. Ah. Okay. Weil ich da mal reingucken wollte. Da ist nichts Besonderes. Hier sind Rüstungsteile zu sehen. Okay, ich dachte vielleicht, wir enden ja auch in dem Ding da was. Willkommen im Kramladen. Wie kann ich euch helfen? Ähm. Ähm. Was ist das? Ah, es ist aber so teuer. Ne, ich lasse mich erst mal. Am Anfang sind die Monster eigentlich noch nicht so wirklich bewandert, so mit solchen Spezialsachen wie Vergiftung oder Lähmung oder so. Oh, da steht eine Frau da hinten. Na, sprechen wir mehr. König Somnus, oh wie sehr ich euch liebe. Eure verträumten Augen, euer majestätischer Schritt, die Art wie eure Krone so lässig in eurem Haar sitzt. Verdammt sei mein niedriger Stand und das riesige Klassensystem, das unsere Liebe unmöglich macht. Hey, das war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Die Vorstellung ist vorbei. Dann stell dich nicht in die Öffentlichkeit und laber nicht darüber. Komische Frau. Ja. Und du? Hi, ho, ich habe keine Furcht. Oder habe keine Furcht. Das ich, passt nicht. Ich komme aus fernem, fernem Land, um das Militär zu unterstützen. Keine Ursache. Ich übernehme jetzt. Geh nach Hause und leg dir ein paar Hobbys zu. Hi, yo. Äh. Alles wird gut. Der königliche Erlass hat bestimmt viele starke junge Burschen in die Stadt gelockt. Was bittest du verlocken daran, zum Militär zu gehen? Die miese Bezahlung? Die tristen Uniform? Dass man so viel Pökefleisch essen kann, wie man will? Gut, dass ich aus anderem Grund da bin. Mal sehen. Das Militär von Somnia braucht dich. Wirklich? Die brauchen mich? König Somnia scheint endlich ernst damit zu machen, Mordat zu bekämpfen. Warum sonst sollte er mich um Hilfe bitten? Uns alle, du Idiot. Nicht persönlich dich. Es heißt, unser junger Anführer Somnus beginne damit, Truppen für den Kampf gegen Mordat auszuheben. Wäre ich fünf Jahre jünger, würde ich diesem Mordat derart in den Hintern treten. Aua, mein Rücken. Na gut, sagen wir 15 Jahre jünger. Ich wollte gerade sagen, fünf Jahre. Äh, ja. Und du, Madame? Toll, einfach toll. Ich musste wohl hingehen und meinen wertvollen Ring in den Brunnen werfen, nicht wahr? Könnte ich doch nur eine nette junge Person überreden, hinunterzusteigen und ihn zu holen. Wüsstest du da jemand? Ja. Oh, wunderbar. Danke für die Unterstützung. Ich wüsste da jemanden. Ich kletter ja schon. Ähm. Da will anscheinend jemand die Schatztruhe nicht ohne weiteres hergeben. Okay. Ich würde sagen, das mache ich mal im nächsten Part, dann kann ich vorher auch eben speichern, weil das Monster, das kenne ich jetzt nicht und das sieht nicht so freundlich aus, wenn ich mir das mal genauer angucke. Insofern sage ich jetzt erstmal einfach, bis zum nächsten Mal. Adios! Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.